Der erfolgreichste Fußballklub dieser Tage ist der 1. FC Saarbrücken. 4 Pflichtspiele, 4 Siege und der 12. Mann unterstützt Blau-Schwarz euphorisch. Die Tore im Pokal gegen Zweitligist Regensburg. 2-mal Jurcher, 1-mal Kapitän Zeitz. Gillian Jurcher im Sommer angeblich mit Angeboten aus der 2. Liga. Der FC hat ihn nicht ziehen lassen und Jurcher trifft weiter. Heute aber offenbar zunächst nicht. Echtcoach Dirk Lottner lässt Jurcher auf der Bank, stellt den wiedergelesenen Sebastian Jakob in die Startelf. Was für ein Luxus eigentlich. Beide Stürmer in der vergangenen Saison mit 16 Toren. Beide auch in dieser Saison mit der Mannschaft und durch die Mannschaft treffsicher. Heute also in Balingen, die noch punktlos sind. Der FCS vorne mit Jakob statt Jurcher. Aber das spielt wohl keine Rolle. Frank Rundhefer. Nee, nicht wirklich. Denn das ist ein Plätzchen heute zunächst mal. Gillian Jurcher auf der Bank. Sein Coach Dirk Lottner rotiert, was das Zeug hält. Satte 6 Wechsel im Vergleich zum 3-0-Sieg gegen Frankfurt vergangenen Mittwoch. Im Sturm also wie gehört. Jakob für Jurcher. In der Defensive fehlt Zellner verletzt. Dafür kommt Duafero. Na also dann mal willkommen in Balingen. 70 Kilometer von Stuttgart entfernt bei der noch punktlosen TSG. Dritte Minute der FC in Weiß. Schorch mit dem Auge für Jakob. Und der spielt mit Eisele. Bumm 1-0. Ja, so kann es anfangen aus Sicht des Top-Favoriten auf den Aufstieg aus Sicht des FCS. Drei Stationen zu diesem Ton. Saarbrücken macht es simpel und effektiv. Schorch hat das Auge für Jakob. Und wenn der nicht selbst trifft, dann legt er auf. Hat schon in Pirmasens sehr gut funktioniert mit Eisele heute wieder. Eisele mit Saisontreffer Nummer 2. Die Mannschaft hat in dieser Saison den Punch vor dem Tor. Ein ganz wichtiger Faktor, wenn es am Ende um Platz 1 gehen soll. Und der schlichtweg perfekte Start heute. Aber die TSG, die will dann auch mitspielen. So ab der 8. Minute mit Lukas Völsch. Aber kein Durchkommen. Schorch blockt Saarbrücken im gewohnten 3-5-2 mit Barilla, Schorch und Uafero in der Kette hinten. Ralf Volkwein, der TSG-Coach, sieht dann den nächsten Saarbrücker Angriff. Mit Barilla. Durch das Mittelfeld mit Mändler. Und der sieht Jakob. Und da verpasst er das 2-0-0. Millimeter, 15. Minute. Ball bleibt noch im Spiel. Dann aber verpufft das Ganze. Trotzdem nochmal das wunderbare Zuspiel von Mändler. Der Laufweg von Jakob und das Pech. Ja, wenn Sebastian Jakob fit ist, dann ist er für mich der beste Stürmer dieser Liga. Und weiter nur Saarbrücken. Eckball, Markus Mändler. Und wieder diese beiden. Wieder mit Jakob. Vogler kann den Ball noch wegblocken. Die Gäste mit absoluter Dominanz. Balingen darf nicht wirklich durchatmen. Hier spielt bislang klein gegen groß. Und wer wer ist, das sehen Sie selbst. Nächste Chance. Ruhender Ball für Saarbrücken. Und das ist eine Angelegenheit wie immer eigentlich für Markus Mändler. Und schon wieder rappelt es im Gebeck. 23. Minute. Kaum einer kann Freistoß wie Markus Mändler. Julian Hauser im Balinger Tor wäre umsonst geflogen. Könnte locker schon 3-0 für den FC statt. Die Gastgeber wollen dann tatsächlich auch nochmal. 25. Minute. Mit Scherer. Und da muss Batz runter. Also doch aufpassen. Sonst steht es hier mal ganz schnell 1-1. Dirk Lottner hatte gewarnt, diesen Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Letzte Saison setzte es hier eine Niederlage. Und Balingen bleibt dran. Saarbrücken macht es ihnen in der Defensive zu einfach. Schauen Sie hier, der Ball ganz simpel über die Kette. Dann aber doch Schorch. Aufmerksam vor Hannes Scherer. Der Herberspiel bleibt offen, weil Saarbrücken vorne zu viel liegen lässt. Erst halbe Stunde gespielt. Dann Zeitz mit Eisele. Und wie immer sucht er Jakob. Sie spielen das sehr ordentlich miteinander. Aber der Abschluss, der fehlt. So kehrt nicht wirklich Ruhe ein. Komm genial. Eisele und Jakob im Sturmzentrum. Wo aber bleibt das 2-0? Das ist ein Vorwurf, dass sich das Team gefallen lassen muss. So, gleich Halbzeitpause. Und Balingen hat nochmal Lust. Warum auch nicht? Liegen nur Hauchdön hinten. Und das ist Marco Geiser, der Ex-Homburger. Der zu Scherer. Und der drückt ihn rein für Bayern. Batz 1-1. Der Ausgleich fällt praktisch mit dem Pausenpfiff. Er ist zwar glücklich. Trotzdem hat sich das Saarbrücken selbst zuzuschreiben. Die gesamte Defensive ohne Zugriff. Viel zu weit weg von den Gegenspielern. Und dann muss halt eine der schlimmsten Fußballfloskeln herhalten. Wenn du vorne nicht triffst, dann fängst du dir hinten einen neuen Halbzeitstand. 1-1. Zweite Hälfte. Und jetzt muss Saarbrücken liefern. Nur ein paar Sekunden gespielt nach dem Seitenwechsel. Jänike aufmerksam. Hier mit Eisele und Pertedai. Und dann Markus Mändler. Was für ein Ausrufezeichen. 2-1 für die Gäste. Durch den Linksfuß Markus Mändler. Ist jetzt der Bann nach vorne gebrochen. Wunderschöner Treffer des Mittelfeldspielers. Bringt sein Team wieder in Führung. Also, wenn die Stürmer zu viel liegen lassen, dann halt aus der zweiten Reihe. Und diesen sehenswerten Treffer, den feiern sie dann auch mal richtig schön ab. Und in dieser Phase baut Saarbrücken jetzt mächtig Druck auf. Man spürt, das Team will die frühe Vorentscheidung. Eisele bleibt dann Torwart Binanzer hängen. Der ist mittlerweile für Hauser im Spiel. Der verletzt ausscheidet. Ball bleibt heiß. Wungui Dika kommt da. Aber das ist dann ein bisschen halbgar. Den Anhängern aber gefällt es offensichtlich trotzdem. Die Gastgeber aber mit viel Mentalität geben nicht auf. Achtung, Geiser. Und da hat Saarbrücken mächtig Glück. Ball springt eindeutig vor die Linie. Kein Treffer. Aber absolut bemerkenswert. Die Reaktion von FC-Keeper Batz. Der ist da tatsächlich noch mit den Fingern dran. Lenkt den Ball an die Latte. Und verhindert so den Ausgleich. Bleibt eine ganz enge Sache hier. Der direkt darauf folgende Eckball. Schuhe on. Scherer verlängert. Völsch dort ab. Und dann ist es doch passiert. Saarbrücken kassiert das 2-2. 52. Minute. Und wieder muss sich die Abwehr der Blau-Schwarzen fragen lassen, wie das so passieren kann. Diesen Standort verteidigen sie schwach. Scherer darf Köpfen. Völsch eindrücken. Das sind ein paar Fehlerchen zu viel in der Verteidigung. Ja, wieder ist der FC gefordert. Geht da noch was? Mändler. Technisch schön zu Eisele. So, und der ganz uneigennützig zu Jakob. Na bitte. Geht doch. 3-2. 55. Minute. Dritter Saisontreffer von Sebastian Jakob. Wieder schlägt das Sturm-Duo zu. Großartig. Das Zuspiel von Mändler. Behake zur Eisele. Den Rest machen die zwei. Da vorne ganz alleine. Aber was ist das bitte heute für ein Kraftwerk. Zweimal den Ausgleich kassiert. Und dann muss eben ein dritter Treffer her, um gegen die punktlosen Balinger vorne zu liegen. Aber die beiden, die überzeugen da vorne. Und dann die 65. Minute. Jetzt kommt Gillian Jurcher. Gemeinsam mit Jason Breitenbach, Jänicke und Torschütze Eisele gehen dafür raus. Also was kann das noch bringen? Zunächst mal eine Chance für die Gastgeber. Die lassen einfach nicht locker. Kahn. Ah, Kaya kommt hier an den Ball. Und wieder muss Bats alles raushauen. Mann, Mann, Mann. Nach hinten ist es zu oft zu wackelig, was der Brücken heute anbietet. Und darum ist das Spiel immer noch offen. 73 Minuten vergangen. Der FC weiter mit einem knappen Türchen vorne. Immer noch von Ruhe. Keine Spur. 74. Minute. Dann Jakob. Jurcher. Und Mendler. Aber er kommt nicht durch. Der FC versucht nach vorne. Jede Menge. Bleibt dran. Nochmal mit Mendler. Aber nee. Der erlösende vierte Treffer. Er will nicht fallen. 400 mitgereiste Fans brauchen heute echt gute Nerven. Mittlerweile auch Goller im Spiel. Beim FC. Barilla. Und dann da ist Goller. Und der sucht Gylian Jurcher. Ein bisschen zu scharf. Zehn Minuten noch zu gehen. Tim Goller will da mundgerecht servieren. Aber Jurcher fehlt der entscheidende Schritt. 88. Minute. Nochmal Gefahr für das Saarbrücker Tor. Aber die wird schnell abgewendet. Und umgemünzt. Goller mit Jurcher. Hier. Das Tänzchen mit Guarino. Und irgendwie schnappt sich Jurcher den Ball nochmal. Das ist eine seiner Stärken. Setzt Perdedai ein. Und der auf dem Weg zum 4-2. Von wegen. Ja. Diese Szene steht exemplarisch für den schlampigen Umgang. Heute mit den Chancen. Farnol Perdedai. Okay, das ist kein Stürmer. Aber den darf er schon mal machen. Dann aber Erleichterung. Denn es ist Schluss in Balingen. Was für ein Spiel. Saarbrücken erkämpft den nächsten Dreier. Die Art und Weise aber war nicht immer eines Meisterschaftsfavoriten gerecht. Am Ende aber ist alles, was zählt. Der nächste Erfolg. Auch wenn der Coach nicht so ganz hundertprozentig zufrieden ist. Weil wir zum einen das zweite, dritte Tor in der guten Phase, die wir gerade zu Beginn und Mitte der ersten Halbzeit hatten, nicht genutzt haben, um uns deutlich abzusetzen. Und dann fing das so langsam an. So die eine oder andere Unachtsamkeit. Auch 25 Minuten, wo Bazzi dann das erste Mal gut gehalten hat. Ja, und dann kommt so ein bisschen das Schlendrian rein. Dann denkt man, man kann das hier irgendwie runterspielen. Und irgendwann macht man das zweite schon. Ja, und sind genau dafür dann in der kurzen Halbzeit bestraft worden. Machen das 1-1. Und dann war uns bewusst, dass es jetzt ein Fight wird. Das war klar, dass die Balinger jetzt rauskommen und wirklich nochmal eine Schippe drauflegen. Noch intensiver wird das Spiel. Ja, dann gehst du direkt wieder in Führung und schaffst es dann wieder nicht, das Spiel so zu beruhigen, dass du es sauber zu Ende spielen kannst. Ja, kriegst dann wieder den Ausgleich durch den Standard. Super ärgerlich. Ja, dann bist du natürlich am Ende des Tages noch froh, dass du dann das 3-2 machst, hier als Sieger vom Platz gehst. Aber unterm Strich ist es klar, dass du aufgrund der ersten 25 Minuten musst du das sauber zu Ende spielen hier. Musst du sauber die drei Punkte nach Hause bringen. Es hätte ein bisschen ruhiger sein können heute, definitiv. Wenn wir so weitermachen, dann sehe ich uns auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich erst mal morgen auf die Pokalauslosung. Wir schauen mal, wie wir da bekommen. Und ja, jetzt erst mal, jetzt dürfen wir zwei Tage genießen. Ein bisschen runterfahren. Wir haben zwei Tage frei. Das war eine anstrengende Woche. Genau, jetzt fahren wir dann in Ruhe nach Hause und dann schauen wir uns. Na dann mal gute Erholung, Daniel Batz. Fünfter Pflichtspielsieg in Folge Saarbrücken. Kann auch dreckig gewinnen. Auch eine Qualität einer Spitzenmannschaft. Nächste Woche geht's weiter. Dann ist Astoria Waldorf zu Gast in Vöcklingen. Also neue Erkenntnis für diese Saison. Dirk Lottner kann aus den vollen Schöpfen alte Erkenntnis gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller, tut sich der FCS mitunter schwer. Das sind die Ergebnisse des fünften Spieltags. Die anderen. FSV Frankfurt gegen Bayern Alzenau 2 zu 2. Pirmasens unterliegt Freiburg 2 mit 0 zu 1. Astoria Waldorf gegen Mainz 0 zu 0. Ebenso wie Rot-Weiß Koblenz, der Aufsteiger aus der Oberliga, mit seinem ersten Punkt gegen Gießen beim 0 zu 0. Und Steinbach-Heiger schlägt Ulm mit 1 zu 0. Elversberg spielt morgen gegen Balingen und der FC Homburg am Dienstag gegen Ahlen. Die Tabelle sieht jetzt nach dem fünften Spieltag wie folgt aus. Der 1. FC Saarbrücken ein Spiel weniger. Das Spiel, das im DFB-Pokal in der ersten Runde war, ist ja verlegt auf Ende August. 12 Punkte, genauso wie Steinbach-Heiger mit einem Spiel mehr. Astoria Waldorf dann mit 11 Punkten. Die Kickers Offenbach auch ein Spiel weniger, aber auch nur 10 Punkte. Bayern-Altenau 10 Punkte.